Frankfurt Kids ist dieses Jahr im zweiten Jahr, deswegen haben wir natürlich auch zwei Areale. Wir haben ein internationales Areal hier im Foyer und wir haben die Kids Stage und die Illustration Corner in der Halle 3.0. Für mich ist die Buchmesse immer unendlich wichtig, weil ich Lesen für so wahnsinnig wichtig halte. Vor allen Dingen für Kinder. Wir wissen heute so viel darüber, was es für Kinder bedeutet. Es macht tatsächlich schlauer, was ist nachgewiesen. Es macht empathischer, eine Gesellschaft braucht empathische Menschen. Es fördert die Fantasie und deshalb denke ich, die Buchmesse ist ein ganz wunderbarer Ort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017